Sie haben die Möglichkeit, Beiträge zu speichern. Diese werden da mit einem Lesezeichen versehen und in Ihren persönlichen Bereich verknüpft. Diesen finden Sie über Ihr Profil in gespeichert. Ihre eigenen Posts können Sie bearbeiten oder löschen. Wenn Sie einen Post bearbeiten, ist der Bearbeitungshinweis für alle sichtbar. Wenn Sie allerdings einen Post löschen, wird er einfach aus dem Chatverlauf entfernt. Es kann nicht mehr nachvollzogen werden, dass ein Post gelöscht wurde. Übrigens können falsch gepostete Nachrichten nicht in einen anderen Kanal verschoben werden. Wenn Sie nicht die Zeit haben, alle Beiträge fertig zu lesen, können Sie dort, wo Sie aufgehört haben zu lesen, einen Trennstrich ziehen. Klicken Sie dazu auf Als ungelesen markieren. Zusätzlich wird der Kanalname FETT markiert. Mit einem Klick auf Link kopieren, legen Sie den Link zu diesem Post in die Zwischenablage. Von dort können Sie ihn an einer anderen Stelle einfügen, beispielsweise in einen Chat oder eine E-Mail. Dieser Link kann nur von den Personen geöffnet werden, die bereits Zugriff auf den Speicherort dieser Datei haben. Mit einem Klick auf Mit Outlook teilen wird die komplette Unterhaltung, also der ganze Thread, in das Textfeld einer E-Mail eingefügt. Anschließend können Sie die E-Mail versenden. Übrigens können Gäste keine Unterhaltungen per E-Mail nach außen versenden. Bei Ihnen fehlt diese Option im Menü. Zur Erinnerung, Gäste sind externe Personen, die in das Team aufgenommen wurden. Falls eine Nachricht in einer anderen Sprache gepostet wurde, können Sie diese mit einem Klick auf Übersetzen in Ihre Sprache übersetzen lassen. Am Symbol erkennen Sie, dass diese Nachricht übersetzt wurde. Selbstverständlich können Sie dies jederzeit rückgängig machen. Der Plastische Reader ist das Lesetool von Microsoft, um Menschen mit Einschränkungen das Lesen zu vereinfachen. Wenn ein Post für das ganze Team interessant ist, können Sie diesen für das ganze Team anheften. Alle angehefteten Posts finden Sie über die Kanalinformationen. Wenn Sie sich in eine Unterhaltung einbringen, werden Sie über jede Antwort automatisch benachrichtigt. Dies können Sie über Benachrichtigung deaktivieren abstellen. Sind Sie an einer Unterhaltung nicht beteiligt, möchten aber verfolgen, was andere dort posten, dann können Sie hier den Gegenbefehl Benachrichtigungen aktivieren anklicken. Diesen Befehl finden Sie nur in den Optionen des ersten Beitrages dieser Unterhaltung. Über weitere Aktionen können Sie auf andere Apps zugreifen, um diese in dieser Unterhaltung zu nutzen. Welche Apps Ihnen hier zur Verfügung stehen, das steuert Ihre Organisation. ... ... ... ...